Wir sind heute zurück in unserer Free-to-Play-Challenge, wo wir tolle Tower-Defense spielen, ohne auch nur einen einzigen Robux auszugeben. Wir versuchen, so weit wie möglich zu kommen und so gut wie möglich zu werden, ohne Geld in das Spiel zu investieren. Ja, was ist möglich, wenn man nicht tausende von Euros ausgibt, wie auf dem Hauptaccount? Und wir haben hier ja mittlerweile schon eine Menge Einheiten. Falls ihr euch wundert, warum ich die ganzen Crates nicht öffne, ihr habt mir natürlich hier Sachen geschickt, die ich nicht öffnen werde, ganz klar. Obwohl ich hier auch, ich glaube, ich habe wirklich ein paar Kisten mal geöffnet, die auch von euch waren. Aber wie auch immer, wir haben ein neues Event, Freunde, und zwar das Oster-Event. Wieder ein Event mit Game Pass und alle von euch, die aktuell das Spiel spielen, ohne vielleicht ein bisschen eine Pause machen und ihr keine Robux ausgebt, jetzt ist die beste Gelegenheit, um gute Einheiten zu verdienen. Immer in diesem Game Pass hier kann man die Eier verdienen und die Kisten umsonst öffnen und so. Hier gibt es Einheiten umsonst im Game Pass und damit vorwärts zu kommen, ist wirklich mit Abstand das Beste, wenn ihr als Free-to-Play-Spieler unterwegs seid und hier kein Geld ausgebt in diesem Game. Deswegen lasst gerne mir immer einen Daumen nach oben und ein Abo da, Freunde. Ich freue mich über den Support und wir stellen uns jetzt mal gerade ein Team zusammen. Guck mal, wir nehmen mal Elf Camera Woman mit. Natürlich einen Medic Cameraman, weil wir den brauchen werden. Dann würde ich sagen, natürlich Frost. Nehmen wir Frost DJ Speaker Man? Ja, schon. Frost DJ Speaker Man, Center TV Man noch und Titan Present Man. Das ist erstmal unser Team. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit auf der neuen Oster-Map kommen. Weil wenn wir jetzt ein paar Erfahrungspunkte verdienen können, dann können wir hier direkt ordentlich im Event Pass aufsteigen. Dann kriegen wir hier Luck Boosts und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, für die ihr sonst Robux ausgeben müsst. Deswegen mal rein in die Eierinsel und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Und mit dem Team, was wir hier haben, sollte es eigentlich möglich sein, sogar recht weit zu kommen. Ich meine, ich kann jetzt direkt hier einen Center TV Man hinstellen und auch schon mal direkt hier eine Elf Camera Woman, die jetzt für uns hier aufräumen kann. Wir lassen auch erstmal Autoskip an. Ich weiß nicht, ob wir stark genug sind, um diese Map zu schaffen, aber wir sollten recht weit kommen und eine ganze Menge an Eiern und auch sonstiger Währung verdienen können. Und vor allem Erfahrungsprogramm für den Battle Pass, wie gesagt. Oh, was habe ich? Achso, das Kriegsei. Ach, auf dem Account hier habe ich ja die ganzen Eier noch nicht gesammelt. Ich habe mich gerade übel erschreckt, was das ist, ey. Okay, wir stellen mal noch einen Center TV Man einfach hier daneben. Das passt schon. Und nächstes Upgrade hier auf Elf Camera Woman kostet 300. Elf Camera Woman, super gute Anfangseinheit. Wirklich richtig, richtig gut, weil die so günstig ist und schnelle Angriffsgeschwindigkeit am Anfang hat. Deswegen direkt nächstes Upgrade, Level 3. Oh, und ich habe recht gehabt, Freunde. Ich meine, wir haben jetzt hier Elf Camera Woman auf Max Level. Die rettet uns ein bisschen in den Hintern. Aber, besonders hier oben, muss ich eigentlich... Warte mal, ich stelle mal... Boah, ich muss eigentlich einen Medic hier jetzt aufstellen. Ich mache vor allem mal Autoskipp aus. Wir haben ja echt Probleme gerade. Und das ist nur Welle 12. Oh Mann, ey. Okay, warte. Ich wollte eigentlich Center TV Man noch ein bisschen upgraden. Das Problem ist, ich habe einen Frost DJ Speaker Man hier oben hingemacht. Ich sage ehrlich, ich glaube, das war ein Fehler. Ich werde ihn jetzt hier hinstellen und hier upgraden. Und dann kann ich hier nämlich den Medic hinstellen. Und dann hat der Reichweite für alle Einheiten. So. Dann klappt das viel besser. Und so kann ich dann hier den DJ Speaker Man upgraden. Und der müsste Reichweite bis hier oben haben. Dann kann der hier überall Flächenschaden machen. Das sollte in der Theorie funktionieren. Aber es ist echt ein bisschen tricky. Das muss man hier auf jeden Fall genau richtig spielen. Denn ansonsten kannst du einen packen. Wir sind halt Free-to-Play-Account, Freunde. Ich meine, wir haben den Account schon eine Weile. Und wir schaffen auch schon einiges mit dem Account. Aber wir müssen halt echt genau die richtige Strategie benutzen. Ansonsten kommen wir nicht so weit. Ey, diese ganze Musik hier durchhineinander ist auch wild, ne? So, warte mal. Wir machen mal noch ein Upgrade hier auf den Frost DJ Speaker Man. Dass der dann noch mehr Damage macht. Okay, ich bin echt gespannt, wie weit wir kommen. Jo, und ich habe gerade kurz nicht aufgepasst. Einmal kurz nicht hingeguckt. Ich glaube, diese Raketentoiletten sind durch. Okay, wir müssen das anders machen. Wir haben 42 Eier bekommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eigentlich mit diesem Team weiterkommen müssen. Also, so Welle 40 ist mindestens drinne. Ist es ein bisschen knapp gewesen? Ja, gut. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall eine ganze Ecke weiter als eben Welle... Obwohl, eben waren wir Welle 12. Jetzt ist Welle 15. Da mache ich jetzt nicht so viel Unterschied. Aber wir sind definitiv eine ganze Ecke weitergekommen. Und haben jetzt hier auch wenigstens schon mal Center, TV-Men, soweit alle auf Level 5 immerhin. Level ich die noch? Ja, ich muss die noch weiterleveln. Titan Present Man lohnt sich halt nur, wenn wir auch wirklich nicht genügend Geld reinbekommen. Weil ihr wisst ja, von Level 2 auf Level 3 kostet der Typ einfach 45.000 oder so. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich verstehe es auch nicht. Ich finde es auch ziemlich frech. Aber ist auf jeden Fall die beste Einheit, die wir haben. Auch die einzige Gordly-Einheit, die wir hier besitzen. Auf dem Free-to-Play-Account. Und wir haben ihn noch nicht mal auf Level 2, weil ich es mir nicht leisten kann. Ha, das ist deprimierend. Und selbst mit diesem doch sehr gut funktionierenden Setup wird es hier jetzt brutal knapp. Oh, diese UFO-Teilung schaffen wir nicht, oder? Nein, jetzt ist die unsichtbar genau jetzt. Oh, er hat den kritischen Treffer gemacht. Let's go. Weil wir haben jetzt alle Santa TV-Men hier auf Level 8. Perfekt also. Die bringen uns jetzt richtig schön Kohle rein. Und wenn wir 40.000 haben, können wir den Titan Present Man auf Max-Level machen. Und dann wird der uns schon mal ordentlich weiterhelfen. Die Frage ist nur, ob wir bis dahin überhaupt überleben. Oh mein Gott, ich... Ah, jetzt habe ich noch einen platziert. Hätte ich gar nicht machen müssen. Junge, okay. Auf jeden Fall kein Skip mehr. Kein Autoskip, kein gar nichts. Ich werde mal noch eine Elf-Camera-Woman dazustellen hier. Und nochmal auf Max-Level machen. Das sind ja auch... Wie viel Schaden macht die? 6.000 pro Sekunde. 6.000 Schaden. Sind 6.000 Schaden. Ja, aber jetzt sparen wir erstmal die Kohle, bis wir ihn hier auf Max-Level machen müssen. Alter, man muss so aufpassen, was man hier baut. Ah, wir haben es irgendwie geschafft, bis Welle 29 zu überleben. Und ich habe gerade Titan Present Man geupgradet. Ich meine, er macht auch nicht ultra viel Schaden, aber knapp 40.000 pro Sekunde. Immerhin, das ist besser als nicht. Und damit werden wir schon mal eine ganze Ecke weiterkommen. Und ich werde natürlich auch... Warte mal, das ist aber nicht... Ist halt nicht in Range vom Medic, ne? Aber ich werde hier oben jetzt auch schon mal noch einen hinstellen, der dann auch direkt ordentlich mit reinböllern kann. Und vielleicht, wenn wir die ordentlich mitleveln jetzt, die Titan Present Man, vielleicht haben wir sogar eine Chance, den Modus komplett zu schaffen. Aber ich glaube es nicht. Mit unserem Free-to-Play-Account... Ich kann schon nicht mehr richtig reden. Mit unserem Free-to-Play-Account wird das schon schwierig. Wird trotzdem schwierig. Sehr schwierig. Und jetzt sind wir auf Welle 52. Wir haben unsere 15 Einheiten voll. Ich meine, ich kann jetzt natürlich hier von den elf Camerawomen, die wir platziert haben, wieder welche verkaufen. Damit wir noch einen von den Titan Present Man platzieren können. Vielleicht hier? Passt das hier? Passt der hier rein? Warte mal. Kann ich den hier reinstellen? Ne, ne? Da passt der nicht. Da würde er hinpassen. Ah, da ist er auch noch in Range. Ja, okay. Aber weiß ich nicht. Ist das eine gute Position? Ich stelle ihn mal hier hin. Ich stelle ihn mal hier hin. Aber wir können definitiv noch einen jetzt auf Max-Level machen. Die hier oben sind alle auf Max-Level. Hier haben wir noch so einen Frost-DJ-Speaker-Man. Und hier unten auch. Guck mal, die decken das alles ab mit ihrer Reichweite. Perfekt. Also vielleicht schaffen wir diesen Modus wirklich. Es sieht so langsam echt gut aus. Ich habe eine Zeit lang nicht daran geglaubt. Aber ich habe mein Glauben wiedergefunden. Und jetzt startet die alles entscheidende Welle Nr. 60. Können wir mit diesem Setup, mit diesen Einheiten hier schon mithalten. Und den Modus gewinnen. Weil dann sind wir schon ultra gut dabei. Jetzt kommt hier die tollwütige Kaninchen-Toilette. Wird jetzt natürlich spannend. Ob wir das Ding wirklich besiegen können. Schauen wir mal. Wir machen natürlich nicht schlecht Schaden mit unseren Present-TV-Man. Aber es sieht... Äh, Present-Speaker-Man. Titan-Present-Man? Ne, nur Titan-Present-Man. Bin schon ganz verwirrt. Wie auch immer. Sieht es... Also die Security-Guard-Toilets haben wir. Jetzt müssen wir nur schauen, ob wir auch die Rabbit-Rabbit-Toilet besiegt bekommen. Das ist nämlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ob wir den jetzt hier wirklich down kriegen, den Kollegen. Oder nicht. Weil das wird knapp. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ihr seht, wie es aussieht hier. 53% noch. Hier. Alter, das wird nichts, oder? Boah, sag mir nicht, wir schaffen das nicht. Ne, kriegen wir nicht down. Schaffen wir nicht ganz. Alter, warte. Ich verkaufe hier hinten mal kurz alles. Komm, 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 komm. Klick den doch an. Ich kann ihn nicht anklicken. Verdammt. Egal. Upgrade, upgrade, upgrade. Noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein. Upgrade, upgrade. Ja, okay. Rip, rip, rip. Ja. Keine Chance. Aber wir kriegen trotzdem 180 Eier. Und mal sehen, wie viel Erfahrung wir im Battle Pass jetzt schon gesammelt haben. Wenn wir hier jetzt reingehen, sind wir, oh, nur Level 4? Ach so, ich habe die Quests noch nicht abgegeben. Okay. Ich habe schon Angst bekommen. Hier. 500 Toiletten zerstören. 30 Minuten spielen. Easy. So, jetzt haben wir noch keine Crate geöffnet und noch keine 500 Eier eingesammelt. Aber wir haben hier noch einen Luckboost und eine Bunny Crate. Jetzt haben wir schon unsere erste Bunny Crate, die wir aufmachen können. Schauen wir mal rein, was wir bekommen. Und wir kriegen Easter Speaker Man. Was kann der eigentlich? Ist der gut? Wo ist er denn da? Easter Speaker Man macht 3800 DPS. Ja, okay. Aber Flächenschaden halt, ne? Ist also nicht verkehrt. Aber auch nicht ultra gut. Was können die anderen Einheiten? Na, jetzt kann ich hier nur eine Quest abholen. Jupp, alles klar. Das Easter Speaker Man. Large Bunny Man. Macht 7000 Schaden. Auf ne 35er Reichweite mit Flächenschaden. Egg Launcher Cameraman wird dann wieder interessant. Also Egg Launcher Cameraman, ich glaube der ist echt gut. Und den Mech Bunny Titan, ja der ist so, ja den haben wir ja. Naja. Wir haben ihn auf dem Hauptaccount. Wir haben ihn getestet. Äh. Äh. Er ist kacke. Aber die Frage ist natürlich, ihr habt es eben in den Metall gesehen. Wir haben mehrere Elf Camera Women. Wir haben ein paar Reindeer Speaker Man. Meint ihr, wir können Geld auf dem Trading Plaza damit machen? Wenn wir da jetzt hingehen und versuchen die zu verkaufen. Und vielleicht schaffen wir es uns, bessere Einheiten auf dem Trading Plaza zu besorgen. Ist das möglich? Wir werden es testen. Ich werde es rausfinden. Für euch keine Sorge. So, hier haben wir doch auch schon Elf Camera Woman. Keiner auf Lager. Okay. Und Reindeer Speaker Man geht für 20 Gems. Okay. Ja, wir könnten ein bisschen Geld damit machen. Aber würde sich das... Was würden wir dafür kriegen? Könnten wir ein Mythic dafür kaufen? Oh, wir könnten Glitch Camera... Wir könnten Upgraded Titan Camera Man dafür kaufen. Okay. Zeit Einheiten zu verkaufen. Pass auf. Ich verkaufe mal Elf Camera Woman für 25. Okay. Ich hau die rein für 25. Das Stück. Vielleicht kauft es jemand. Vielleicht nicht. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Aber wenn wir nur ein paar Gems jetzt verdienen, können wir uns direkt einen Upgraded Titan Camera Man leisten. Einfach so einen Mythic. Easy. Da verkaufe ich sogar Rainy Speaker Man für 15. Davon haben wir nämlich ein paar mehr. So. Und dann hoffen wir mal, dass das irgendjemand kauft. Ich weiß zwar nicht, wer das kaufen würde. Ich würde es nicht kaufen. Weil ich es einfach nicht brauche. Auch niemand braucht das. Aber mal sehen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Ich bleibe mal ein bisschen hier stehen. Und vielleicht kauft uns jemand den Quatsch ab. Und wir haben unseren Käse tatsächlich verkauft gekriegt. Zum Teil. Ich habe dann inzwischen auch schon wieder nachgestockt. Und jetzt schauen wir mal. Wir haben jetzt 525 Gems. Die müssen wir jetzt möglichst gewinnbringend einsetzen, Freunde. Irgendwer verkauft hier Titan Cloverman für 999 Millionen. Keine Ahnung, was das soll. Warum ist eigentlich die Musik aus? Wir machen die Musik mal wieder an. Also ich würde sagen, wir kaufen auf jeden Fall Upgraded Titan Cameraman, Freunde. Warte. Wieso kann ich ihn nicht kaufen? Mit der F? Ey, spinnt das schon wieder? Das hatte ich neulich schon mal. Nein! Gib mir die Einheit! Okay, warte. Wir versuchen erstmal Titan. Okay. Okay. Wir haben wenigstens schon mal Titan Cinema Man gekauft. Und somit endlich unseren ersten Mythic, Leute. Und diejenigen von euch, die von Anfang an in dieser Challenge hier dabei sind. Das Ziel war es hier mal, von einer normalen Basic Einheit bis zu einem Mythic hoch zu traden. Und das haben wir damit endlich geschafft. Und jetzt gibt es diesen Upgraded Titan Cameraman nicht mehr. Jetzt gibt es den einfach nicht mehr. Oh Mann, aber ich will den. Das ist unsere stärkste Einheit, wenn wir ihn haben. Okay, ich wechsle mal kurz den Server. Vielleicht kriegen wir einen. Tja, wir können uns den hier jetzt auch nicht kaufen. Hier wird er für 5000 verkauft. Aber wir machen einfach folgendes, Freunde. Wir kaufen uns den Saw Upgraded und den Toxic Upgraded Titan Cameraman. Die sind nämlich auch beide hier. 34.000 DPS und 45.000 DPS, Leute. Let's go. Richtig gute Einheiten haben wir jetzt endlich am Start. Aber warte, mich interessiert gerade mal noch. Was kostet denn die Speaker Drone eigentlich? Also diese Reparierdrohne. Die kann man doch auch kaufen. Ah, 2000. Damn. Okay, das ist natürlich teuer. Und die normale Camera Drone gibt es gar nicht zu verkaufen. Aber, ey, wir haben unser Team extrem erweitert heute. Richtig gutes Video. Richtig gute Einheiten in der Free2Play Challenge. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Macht's gut. Und bis dahin.